Seri, du wolltest mit mir reden? Was ist denn los? Neues Auto? Ja, ihr hast schon recht, also viel Platz habt ihr da nicht zu zweit. Aber ich habe schon mal geguckt, da gibt es eigentlich nichts was bei uns in die Garage passt oder was groß genug für euch beide wäre. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. – Zeig mal her! – Ja, der ist nicht schlecht, der wird in die Garage passen! Ja, aber Setti, der ist so teuer. Echt? Ich schau, was ich machen kann, okay? Geboi. Ich schau, was ich mache. Ich schau, was ich mache. Also Leute, ich habe es euch ja versprochen, weil der Nid so groß wird, gibt es ein neues Auto. Und da ist es. Los, schaut es euch an! Just give me one moment in a time, when I'm racing with dogs like me, then in that one moment of... Leute, es gibt nur ein Problem. Die Box ist noch sehr klein. Aber ich hole euch eine neue, okay? Versprochen. High five? Yes! Und lauf! Das ist gut. Es ist gut, oder? Es ist gut, oder?